Hey Leute was geht ab? Hier ist einmal mit unserem weiteren Commentary für euch. Heute bin ich das geil auf der Map Interchange in einem normalen Herrschersmatch. Und natürlich werde ich auch heute wieder die Moab erreichen, ist ja klar, denn sonst würde ich es nicht hochladen, ne? Nein Spaß. Also ich habe mir vorher wirklich noch mal überlegt, ob ich das Gameplay hier wirklich hochlade, denn es ist so, dieses Gameplay hier ist ziemlich, ziemlich standardmäßig. Also es ist geil, Moab, das sieht man schon des öfteren auf YouTube und auch auf meinem Channel. Und deswegen dachte ich mir, okay, ist es wirklich sowas Besonderes, ist es wirklich wert das hochzuladen? Und da dachte ich mir, Mensch, okay, schaust du mir da mal das Gameplay an? Ähm, denn es muss ja einen Grund haben, warum ich die Datei so genannt habe, wie ich sie genannt habe, denn ich habe sie benannt. Skyle Moab of Interchange in Klammern Epic. Und der Grund, warum ich diese Moab Epic genannt habe, ist ganz einfach, denn sie ist leicht epic. Ähm, epic. Ach Mensch ey. Früher am Morgen, ihr merkt das vielleicht gar nicht, aber es ist jetzt, 10.46 Uhr ist es. Und, ähm, ich bin gerade erst aufgewacht vor, 20 Minuten habe ich gerade geduscht und sitze hier noch nackt. Na natürlich nicht, äh, habe mir schon Sachen angezogen und so weiter. Aber, ähm, ich habe jeden Dienstag, ähm, erst um 11 Uhr 20 Schule. Und deswegen habe ich immer noch ein bisschen Zeit vorher, stehe mal ein bisschen früher auf, damit ich noch irgendwelche Dinge erledigen kann, die ich irgendwie erledigen möchte. Und, äh, jetzt denken sich vielleicht einige Leute von euch, oh, ein Art der glückliche Bastard. Der hat schon um 11 Uhr 20 erst Schule, jeden Dienstag, dass auch noch keiner richtig schön ausschlafen. Und, äh, ja, das ist ganz cool, jeden Dienstag erst so spät Schule zu haben. Aber, es ist so, ähm, es bringt mir nicht wirklich was. Denn dadurch, dass ich halt jetzt die ganzen Freistunden habe an diesem Tag, also habe ich vier Freistunden insgesamt, ähm, muss ich jeden Tag in der Woche bis mindestens 15.30 Uhr in der Schule bleiben. Das heißt, ähm, Montag bis 15.30 Uhr, Dienstag bis 15.30 Uhr, Mittwoch bis sogar 17.00 Uhr, Donnerstag bis 15.30 Uhr und Freitag auch bis 15.30 Uhr. Also, so gut ist das Ganze nun wieder auch nicht, wie es sich anhört. Aber trotzdem ist es ganz cool, man kann sich dann immer so, Montag ist meistens so, ich gehe sonntags immer ziemlich spät erst schlafen. Halt vom Wochenende ist man noch ein bisschen erholt. Und dann ist man Montagmorgen immer ziemlich fertig und dann ist es immer ganz geil, ähm, halt dann Dienstag so ein bisschen länger schlafen zu können. Und dann ist es immer ziemlich gemütlich und jetzt kommt hier der Teil, warum dieses Gameplay mit Epic betitelt ist, denn, äh, es ist ziemlich Epic, was hier gleich passieren wird. Ich werde aus irgendwelchen komischen Situationen, die ich eigentlich niemals hätte überleben dürfen, hier kommt, glaube ich, gleich die erste, ähm, Überleben. Hier kommt der Sniper von hinten und jetzt ist hier noch einer vor mir und ich schaue, wie kannst du den erledigen? Der ist, den kannst du nicht so treffen, dann gehe ich da raus und dann überlebe ich das aus irgendwelchen Gründen. Keine Ahnung, wie der Typ, der sich nicht hinkriegt, hat mich zu töten. Wahrscheinlich war einfach nur super schlecht und hier sind kleine Tipps, die ich nicht gehen kann. Wenn ein Gegner von euch irgendwie eine Flagge einnimmt, dann rennt sofort hin und versucht, den Kill ganz schnell abzustauben, denn, äh, es ist super einfach, Gegner zu töten, die. Und schaut euch das, schaut euch das an. So ein Glück hatte ich wirklich und hier gleich der epische Turn-On und BAAAHH, WOW. Alter, ja, dachte ich nur, da dachte ich im Spiel, habe ich richtig Herzklopfen gehabt. Und wieder zurück zum Thema, ähm, wenn ein Gegner eine Flagge einnimmt, dann rennt sofort hin. Die sind meistens ziemlich schutzlos und ahnungslos, ähm, passen nur auf eine Richtung auf. Wenn sie die Flagge alleine einnehmen, wenn da zwei Gegner drauf sind, kann man auch ab und zu mal einen Double-Kill abstauben. Aber die Sache ist dann schon ein bisschen heikel. Vielleicht sollte man einfach mal eine Stun oder eine Flash hinwerfen oder einfach mal, vorher mal mit einer Zemtex probieren. Aber sowieso habe ich irgendwie das Gefühl, dass die Zemtex im Mono-Mofai 3 nicht wirklich sehr, sehr effektiv ist und die Frag auch nicht. Sie geben meistens nur Hintenmarker. Ich habe das Gefühl, dass die da sind, um, wenn man jetzt zum Beispiel einen Gegner schon zweimal getroffen hat oder sowas, ist ja schon ein bisschen beschädigt. Dann werfe ich einfach mal schnell mit schnell ziehen, also mit diesem extra, ähm, Quickdraw, einfach mal schnell meine Zemtex hin und dann, ähm, mache ich ihn sowieso sozusagen damit fertig, weil er dann schon ein bisschen beschädigt ist und dann kriegt man meistens eigentlich den Kill. Und ja, das war die Moab. Ich sterbe natürlich sofort wieder gleich danach durch diese scheiß Predator dort. Ich hatte gehofft, dass sie, ähm, durch die Moab sogar noch verstört wird, aber leider ein paar Sekunden zu spät, vielleicht ein, zwei Sekunden oder sowas. Und, äh, ich hoffe, dass das Gameplay dir gefallen. Gebt dem Video bitte einen Daumen hoch. Ich hoffe, ihr habt diese Epic Moab gefallen. Es ist ganz cool gewesen, die Moves, die ich da abgezogen habe. Ähm, bis dann, Leute, und macht's gut, vielleicht schaffen wir ja 400 Daumen oder so da drauf. Na, bis dann, Leute, macht's gut.